so heute wollen wir uns mal anschauen wie man ein solches protokoll hier auswertet und wir schauen uns das jetzt mal im detail an der erste wert den wir hier sehen ist der sturz und der sturz der hat hier einen soll wert von minus 0 grad 40 bogenminuten und dann eine toleranz von plus minus 20 bogenminuten wenn wir uns das auf dem zahlenstrahl anschauen dann haben wir hier den nullpunkt gehen jetzt um minus 40 bogenminuten in den negativen bereich und rechnen jetzt minus 40 bogenminuten minus 20 bogenminuten kommen da auf minus 60 bogenminuten was ja auch genau einem grad entspricht in die andere richtung minus 40 bogenminuten plus 20 bogenminuten dann kommen wir hier auf minus 20 minuten das heißt wir haben jetzt über unseren über unsere toleranz über die differenzen haben wir hier unsere maximalen und minimalen einstellwert gefunden wir schauen uns jetzt mal an was die eingangsmessung gebracht hat dass noch mal hier die toleranzen minus 20 bogenminuten und plus 20 bogenminuten die eingangsmessung rechts hier mit minus 34 bogenminuten liegt also in der toleranz die eingangsmessung links mit minus 38 liegt ebenfalls in der toleranz die abweichung sieht man hier minus zwei bogenminuten und minus sechs bogenminuten das messergebnis also vollkommen in ordnung so schauen wir uns das ganze jetzt für die spur an da haben wir einen wert von 0 grad und fünf bogenminuten toleranz plus minus fünf bogenminuten das heißt hier haben wir die plus fünf bogenminuten dann wenn wir minus fünf bogenminuten rechnen kommen wir auf null und wenn wir plus fünf bogenminuten rechnen kommen wir auf insgesamt zehn bogenminuten unsere eingangsmessungswerte einmal rechts plus 13 bogenminuten man sieht ja sehr schön das liegt eben außerhalb links mit plus 12 bogenminuten ebenfalls außerhalb also ist dieser wert wie auch hier gekennzeichnet nicht in ordnung